Ja und jetzt haben wir auch schon unseren nächsten Gesprächspartner und er ist einer, der zu den wichtigsten Krisenmanagern in unserem Land gehört. Er hat Bayern unter Kontrolle, auch in Krisenzeiten und gibt auch gute Einflüsse für die Bundesebene. Wir sprechen in München mit dem CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Herzlich willkommen nach München. Hallo und grüß Gott. Und wir wollen uns jetzt mal ein Update holen. Es war ja erst relativ leicht, die Zahlen nachzuverfolgen. Wir haben gesehen, die Zahlen steigen und steigen. Jetzt hören wir positive Signale, die Kurve wird etwas flacher und trotzdem wird uns immer wieder gesagt, die schwierigste Zeit kommt noch. Wo steht Bayern, wo steht Deutschland denn momentan in der Corona-Krise? Nun, wir Bayern waren ja besonders betroffen, aufgrund der besonderen Nähe auch zu Österreich. Und Sie wissen ja, dass Österreich eine der Drehscheiben war des Tourismus, der sich nach ganz Deutschland, ganz Europa ausgebreitet hat. Deswegen waren wir von Anfang an sehr, sehr stark betroffen. Deswegen mussten wir auch schnell und konsequent reagieren. Das haben wir auch gemacht. Wir testen auch mehr. Ich glaube auch mehr im Vergleich als viele, viele andere. Deswegen haben wir natürlich auch noch ein besseres Ergebnis im Sinne von mehr Ergebnissen, die da valutiert werden können. Im Moment kann man eines sagen. Die Infektionen steigen noch und die Zahl der Toten steigt auch jeden Tag. Aber nicht mehr so exponentiell wie am Anfang, sondern die Kurve beginnt etwas abzuflachen, was sehr, sehr positiv ist. Aber wir sind noch nicht drüber im Berg. Jetzt ein vorschnelles Lockern, ein unvernünftiges Lockern, ein einfach so weitermachen wie vorher, das bietet leider die große Gefahr, dass wir zurückfallen. Und dann wäre es wie bei einer anderen Krankheit, die man hat. Wenn man zu früh aufsteht, dann können die Schäden und können die Auswirkungen viel schlimmer sein. Deswegen nochmal Achtung, Geduld und Vernunft als Maßstab. Wenn wir zu unseren Nachbarn und ganz besonders auch zu den Nachbarn von Bayern nach Österreich schauen. Dort hat Sebastian Kurz jetzt die ersten Lockerungen sozusagen angekündigt. Man muss dazu sagen, die hatten auch noch wesentlich stärkere Einschnitte, als wir sie in Deutschland und auch in Bayern hatten. Aber die Diskussion hat angefangen. Jetzt sagen wir, nicht schnell den Exit einfach nehmen, weil sonst hat sich all unsere Mühe, die wir in den letzten Tagen und Wochen aufgebracht haben, nicht gelohnt. Und das hindert uns aber ja nicht daran, einen Fahrplan zumindest schon mal zu entwickeln, wie wir aus diesem Shutdown wieder rauskommen könnten. Wie könnte so ein Fahrplan aussehen und was ist es wichtig? Auf was muss man bei so einem Fahrplan achten, bevor man sozusagen den Startknopf drückt und sagt, so jetzt können wir langsam wieder zurück? Also ich finde es sehr sinnvoll, dass wir darüber reden, aber wir müssen auch immer nochmal die Parameter sehen. Nahezu alle Länder um uns herum sind viel, viel stärker betroffen als Deutschland. Wir sollten also im Moment deswegen glücklich darüber sein, dass wir bislang gut durch diese Krise gesteuert haben. Das ist übrigens auch ein Verdienst der Kanzlerin, die uns da auch jetzt Bayern zum Beispiel sehr unterstützt hat in dieser schwierigen Zeit. Das Zweite, was man sehen muss, Länder, die an den anderen Weg gegangen sind, Schweden, Singapur oder andere, die müssen jetzt nachsteuern, schwenken im Grunde genommen auf den Weg ein, den wir schneller und konsequenter begangen haben. Also der Weg ist absolut richtig. Ich finde es auch gut, dass wir darüber reden, aber die Parameter müssen stimmen, was heißt es? Ich bin sehr zurückhaltend. Zum Beispiel, wenn ich heute höre, dass es einzelne Bundesländer gibt, die sagen, ach, lasst uns die Besuche in den Pflegeheimen doch einfach wieder erlauben. Das wäre eine gefährliche Entwicklung, denn dort ist die Herausforderung, und zwar für Leben und Tod mit Abstand am größten. Oder wenn wir darüber nachdenken, beispielsweise die Schule, die muss man sehr genau überlegen, was man macht in der Schule. Denn dort findet einfach der Einfluss in jeder Familie wieder statt. Wir haben gemerkt, dass die Schule ein Ort war, in dem es sehr viel Verbreitung von Infektionen gegeben hat, obwohl die Schüler zwar nicht litten unter der Krankheit, aber eben das Virus weitergeben konnten. Und das Dritte ist der ganze Gastro- und Veranstaltungsbereich. Österreich zum Beispiel ist genau bei den drei Gruppen, die wir gehen, ohne jede Lockerung. Schule ist auf unbestimmte Zeit zu, Gastro ist da lange Zeit zu oder auch der andere Beispiel bei den Pflegeheimen. Was wir überlegen müssen, ist wie bei Geschäften wir damit umgehen, was wir da tun können. Aber jede Öffnung muss verbunden sein mit Schutzmaßnahmen, Desinfektion, Masken, die ich glaube, an der Stelle verwichtet. Also ganz einfache Masken, die auch jeder selber kaufen oder erwerben oder auch selbstständig machen kann in solchen Bereichen. Das ist wichtig, weil ansonsten besteht eben einfach wieder die Gefahr eines Rückfalls. Und ich muss auch sagen, ich verstehe jeden, der bei dem schönen Wetter rausgeht und der auch sagt, ich wäre jetzt gerne in Urlaub oder ich würde gerne allüber hinfahren. Nur bitte nochmal sehen, was gerade in den USA stattfindet, in Frankreich, in Spanien, in Italien. Und wir dürfen wirklich glücklich sein und uns schätzen, dass es, obwohl es uns schlimm erwischt hat, nicht so schlimm hat wie woanders und das sollte man einfach nicht verspielen. Jetzt haben Sie einen ganz wichtigen Punkt schon gesagt, auf den ich nochmal eingehen will. Denn unsere Community, das ganze Netz ist voll mit Menschen, die sich Masken basteln. Es wird in Österreich zum Beispiel über eine Maskenpflicht gesprochen, beziehungsweise sie wird jetzt eingeführt. Sind die Masken das Mittel, um doch wieder das Leben ein bisschen hochzufahren und trotzdem geschützt zu sein? Und was halten Sie davon, dass Leute sich jetzt ganz einfach mit Stoff ihre Masken basteln, um dort ein Signal zu zeigen und auch vor allem den Fremden ja auch zu schützen? Weil die Masken schützt einen ja nicht nur selbst oder sie schützt vor allem den Fremden auch. Ja, ist eine gute Analyse, völlig richtig, was Sie sagen. Die Masken, die gibt es die ganz hochwertigen, die brauchen wir für das medizinische Personal. Die schützen einen selbst und den anderen, aber die überwiegende Zahl der Masken, die man ja glaube ich als Community-Masken so gern nimmt, wo es ja mittlerweile schon tolle Fashion-Idees gibt und ganz verschiedene Stilformen, die gemacht werden, ob selbst oder auch aus der Textilindustrie heraus entwickelt, die sind einfache Masken, die schützen tatsächlich aber den anderen. Und wenn es viele tragen, dann ist natürlich damit auch ein gewisser Schutz erreicht. Ich glaube Folgendes, dort, wo der Abstand gut gehalten wird, da muss es nicht notwendig sein, aber dort, wo der Abstand schwieriger zu halten ist, in bestimmten Bereichen, sagen wir, in Einkaufsläden, wenn man darüber nachdenkt, da Erleichterungen zu machen, da braucht es natürlich solche Auflagen, Desinfektionsbereiche, da braucht es solche Masken. Ich halte es für eine insgesamt sehr gute Idee. Ich bin ausdrücklich nicht gegen eine Maskenverpflichtung. Es gibt ja welche bei uns auch in der Union, die sagen, nein, auf keinen Fall. Ich halte es für ein bisschen zu furchtbar. Ich glaube, das ist ein Weg, einen Weg zurückzufinden. Allerdings ist es nicht der Ersatz dafür, wieder Party zu machen. Und es gibt halt in bestimmten Bereichen, stößt das an Grenzen. Nur ein Beispiel. Also wenn man in die Gastronomie geht und essen und trinken will, da hilft der Mundschutz natürlich nichts, weil per se das schon nicht funktionieren kann. Deswegen sieht man auch, dass es da auch Grenzen, die es gibt. Aber noch einmal, ja, ich glaube, das kann ein sehr guter Weg sein. Wir müssen uns immer Folgendes überlegen. Solange es keinen Impfstoff gibt und solange es kein Medikament gibt, also solange die einzige Therapie, der Abstand halten ist, solange müssen wir uns überlegen, wie wir mit dieser Therapie erfolgreich sind und nicht wieder alles aufgeben, was wir erreicht haben. Es wäre wirklich, ich kann es nicht anders sagen, wir haben schnell reagiert, wir haben gut reagiert in Deutschland. Alle haben übrigens gut reagiert. Der eine einen Tag früher oder später, das ist ja egal. Die Betroffenheiten sind andere. Das ist meiner Meinung nach auch sehr denkbar, dass wir, wenn wir nächste Woche darüber reden mit der Kanzlerin und den anderen Kollegen, dass wir regional unterschiedliche Maßnahmen machen. Also in einem Land, das weniger betroffen ist, ein bisschen flexibler, als in einem anderen Land, das mehr betroffen ist. Wir sind sehr betroffen und ich muss auch die Bayern weiter versuchen zu schützen. Und hinterher wird es Leute geben, die werden sagen, ach, hätten wir doch gar nicht so viel machen müssen. Ich kann nur eines sagen, ich glaube, wir haben im Moment Deutschland und ich denke auch für unser Bundesland Bayern, wir haben uns jetzt ganz gut durch die Krise gesteuert und ich würde diesen Weg mit den Menschen gerne fortsetzen. Vielleicht zum Abschluss mit Bitte um kurze Antwort. Wir sprechen ja heute über den Zusammenhalt in Deutschland, aber auch in Bayern. Wie ist da Ihr Gefühl? Geht das weiter so mit dem Zusammenhalt? Wie ist die Stimmung in Bayern und in Deutschland bei den Menschen? Also der Zusammenhalt war bislang großartig. Wir haben so viele Menschen, die mitmachen, sich einbringen. Natürlich fällt dem einen oder anderen auch mal die Decke auf den Kopf, ist doch klar. Und gerade bei dem schönen Wetter und man möge es mir verzeihen, gerade in unserer schönen Landschaft in Bayern ist man natürlich verführt. Es drängt dann nach draußen, gerade nach der langen Winterjahreszeit. Da will man eigentlich alles erleben und alles mitbekommen, aber die Menschen machen großartig mit. Und deswegen müssen wir auch jetzt zum Beispiel schauen, dass wir die Auflagen, die wir haben, sensibel umsetzen. Wir haben die Polizei nochmal sensibilisiert, dass man das miteinander verfünftig macht. Viele machen das großartig. Die, die es nicht so machen, die einen Spaß sich daraus machen, irgendwas ablecken oder bewusst anhusten oder heimlich Partys feiern oder versuchen, eine schwarze Gastro zu machen, da muss man halt einfach eingreifen. Es hilft halt nun mal nichts, denn wir müssen diejenigen vor sich und auch für andere schützen. Wir danken in dieser Show und wir haben diese Show, um Danke zu sagen an die Alltagsheldinnen und Helden. Das haben wir schon gesagt, das sind vor allem die Ärztinnen und Ärzte und Pfleger, aber es sind auch die Politiker. Lieber Markus Söder, vielen, vielen Dank für das gute Krisenmanagement. Wir wissen, dass wir auf sie bauen können. Und kleiner Hinweis an euch nochmal, wir haben eben viel über die Masken gesprochen. Hier in der Show, ihr habt es vorhin schon gesehen, aber auch nachher nochmal zeigen wir euch, wie ihr euch selbst eine Maske bastelt. Und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank nach München. Ganz herzlichen Dank an den CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Servus, ade.